Pascal Wehrlein ist ein deutscher Automobilrennfahrer. Von 2013 bis 2015 trat er in der DTM an, in der er 2015 den Gesamtsieg erzielte. 2016 geht er für Manor in der Formel 1 an den Start. Karriere Wehrlein begann seine Motorsportkarriere 2003 im Kartsport, in dem er bis 2009 aktiv war. 2010 wechselte Wehrlein in den Formelsport und trat für Mücke Motorsport in der ADAC Formel Masters an. Er gewann ein Rennen und schloss die Saison mit insgesamt vier Podestplatzierungen auf dem sechsten Platz der Fahrerwörtung ab. 2011 bestritt Wehrlein für Mücke Motorsport seine zweite Saison in der ADAC Formel Masters. Er gewann acht von 24 Rennen und stand insgesamt 13 Mal auf dem Podest. Am Saisonende sicherte er sich damit den Titel mit 331 zu 310 Punkten vor Emil Bernstorff. Wehrlein ist der erste Mücke Pilot, der diese Rennserie gewann. 2012 blieb Wehrlein bei Mücke Motorsport und startet in der Formel 3 Euro Serie. Darüber hinaus war Wehrlein 2012 in der europäischen Formel 3 Meisterschaft wertungsberechtigt. Zu dieser zählten jeweils das erste und dritte Rennen an einem Formel 3 Euro Serie Rennwochenende und mehrere Veranstaltungen der britischen Formel 3 Meisterschaft. Auf dem Nürburgring gewann er ein weiteres Rennen der Formel 3 Euro Serie, das zudem zur europäischen Formel 3 zählte. In der Formel 3 Euro Serie belegte Wehrlein als bester Rookie den zweiten Platz in der Gesamtwertung mit 229 zu 240 Punkten hinter Daniel Ciancadella und setzte sich damit teamintern gegen Felix Rosenquist. Der vierte wurde durch. In der europäischen Formel 3 lag Wehrlein auf dem vierten Platz und unterlag Rosenquist, der den dritten Rang erzielte. 2013 blieb Wehrlein bei Mücke Motorsport und trat zunächst in der europäischen Formel 3 Meisterschaft an. Er nahm am ersten Rennwochenende in Monza teil und gewann dabei ein Rennen, wurde einmal Zweiter und Dritter. Darüber hinaus erhielt Wehrlein 2013 ein Mercedes-DTM-Cockpit bei Mücke. Damit wurde er zum bis dahin jüngsten DTM-Piloten. Bei seinem Debütrennen in Hockenheim lag Wehrlein zwischenzeitlich in Führung. Er kam auf dem elften Platz ins Ziel. Ein Rennen später in Brands Hetsch holte er als zehnter seinen ersten Punkt, nachdem er von Position 20 ins Rennen gegangen war. Im Rennen darauf wiederholte er diese Platzierung. Nach zwei Rennen ohne Punkte, fuhr Wehrlein auf dem Nürburgring erneut auf Position 10 und erzielte darüber hinaus die erste schnellste Runde seiner DTM-Karriere. Am Saisonende belegte Wehrlein den 22. Gesamtrang. Damit war er der schlechteste Pilot. 2014 wechselte Wehrlein innerhalb der Mercedes-DTM-Teams zu Javier. Beim Rennen auf dem Eurospeedway Lausitz erzielte Wehrlein seine erste Pole-Position und seinen ersten Sieg. Er wurde damit zum bis dahin jüngsten Sieger eines DTM-Rennens. Als zweitbester Mercedes-Pilot schloss Wehrlein die Saison auf dem achten Rang ab. Darüber hinaus übernahm Wehrlein während der Saison 2014 die Position des Ersatzfahrers beim Formel-1-Rennstall Mercedes. 2015 blieb Wehrlein bei HWR in der DTM. Er wählte die Nummer 94 als Startnummer für die Saison. Beim ersten Rennen in Hockenheim wurde er Zweiter. Das erste Rennen auf dem Noris-Ring gewann er. Ein weiterer Sieg folgte in Volokolamsk. Ein Rennen vor Saisonende entschied er die Gesamtwertung für sich. Er wurde damit zum bis dahin jüngsten DTM-Gesamtsieger. Am Saisonende lag er mit 169 zu 150 Punkten vor Jamie Green. Darüber hinaus war er weiterhin als Formel-1-Testfahrer bei Mercedes aktiv. Neben diesem Engagement absolvierte er außerdem Formel-1-Testfahrten für Force India. 2016 wechselte Wehrlein in die Formel-1 und erhielt ein Stammcockpit bei Manor Racing. Wie schon in der DTM wählte er die 94 als seine Startnummer. Bei seinem Debüt in Australien wurde er 16. Nach dem fünften Rennen belegte er den 21. Gesamtrang Persönliches Wehrlein absolviert eine Ausbildung zum Feinmechaniker im Betrieb seines Vaters. Seine Mutter stammt aus Mauritius. Sonstiges Wehrlein war 2011 und 2012 Förderkandidat der Deutsche Post Speed Academy, die er 2011 gewann und wird zudem von der ADAC-Stiftung Sport gefördert. 2012 wurde er Zweiter in der Deutsche Post Speed Academy. Am 27. Mai 2014 hatte er bei einer Sponsorenaktion für Mercedes im Trainingslager der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol einen Unfall, bei dem ein Urlauber und ein Streckenposten verletzt wurden. Statistik Statistik Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Formel 1 Weltmeisterschaft. Stand Großer Preis von Spanien 15 1. 11. 11.